Davos hat immer einen besonderen Platz in meinem Leben gehabt. Ich schätze an Davos die ganze Schönheit der Natur, das ist klar. Davos ist ein idealer Ort für eine globale Begegnungsstätte, weil es abgelegen ist. Das hat seine positive Seite, weil es wirklich ein Dorf ist. Es hat aber die notwendige Infrastruktur und es hat auch die Gastfreundschaft der Bevölkerung. Das sind die wesentlichen Voraussetzungen für den Erfolg. Das Jahrestreffen hat für Gemeinden Davos eine überragende Bedeutung. Dank diesem Anlass haben wir weltweit eine große Publizität erreicht, wo wir mit anderen Anlass keine Chance hätten zu erreichen. Und das ist für Davos unglaublich wichtig. Für mich und für Davos ist auch entscheidend, die Gratis-Reklamen weltweit. Das bringt uns so viel. Das Jahrestreffen ist ein ganz wichtiger Moment im Jahr, die dazu gehört, wie fast Weihnachten in Davos. Da hat man ein Rwf nach Weihnachten in Davos. Was ganz wichtig ist, es ist ja nicht nur Unternehmer. Unternehmer sind nur die Hälfte der Teilnehmer. Es sind Wissenschaftler, Politiker, es sind junge Leute, es sind NGOs, es sind Gewerkschaften. Und das macht gerade das Besondere von Davos aus. Plus le Forum ist allé de l'avant, plus il ist devenu important, audacieux, surprenant. Ich schätze, dass die Leute in Davos in einer Atmosphäre hineinkommen werden, wo sie aus sich selber rausgehen, wo sie offen noch miteinander umgehen, wo der berühmte Geist von Davos wirksam ist. Das heisst, sie sagen Sachen, die sie normalerweise nicht tun würden. Ich glaube daran, dass man auch mit diesem Jahrestreffen über Probleme reden kann und Probleme versuchen, einer Lösung zu führen, die weltweit eine positive Auswirkung hat. Für alle, die Gastronomie und die Hotel und so, wäre es natürlich schöner, wenn es länger bleiben würde. Und auch, wie früher, ein bisschen mehr Essen und Züge. Wir sind mit Davos verbunden. Ich würde sagen, ich selber habe in Davos geheiratet. Wir sind also mit Davos verheiratet. Und so wird das auch in der Zukunft sein. Das ist auch in der Zukunft, dass Programme Drink, die in wochenommen ist. Das ist einfach, wenn man hier anpackt hat. Das ist ein nervener. Das ist einfach. Vielen Dank.